So Leute, wir machen jetzt weiter, aber jetzt wird es anders ablaufen und zwar werde ich jetzt, ähm, wie ist es mal ganz kurz lag, wenn ich die Aufnahme starte, ich werde jetzt die ganze Zeit zocken, weil ich keinen Bock mehr habe und werde dann später in Sony Vegas alles cutten. Das heißt, es kann passieren, dass ich halt während einer Mission mittendrin oder sowas, ähm, einfach so den Part beenden werde, ohne was zu sagen. Also es kann auf jeden Fall passieren. Weil ich habe jetzt gesehen, so, ja, es kommt nicht so gut an oder eher gesagt, kein Schwein guckt es und ich habe keinen Bock mehr so die Arbeit zu machen. Deswegen spiele ich es einfach jetzt dauerhaft durch, ohne halt jeden Part sonstiges, ähm, hast du vom Stadion gehört? Da gab es eine Angegenung. Ja, also, ich habe jetzt gerade einen Automaten gesucht, Alter, so einen Bankautomaten. Ich weiß gar nicht mehr, ach, da hinten, glaube ich. ATM genau. So, check mir mal kurz die Karte ab, was wollen wir machen? Wir müssen da hin, Kampagne, jawoll. Können wir hin, oh, schönes Auto, das nehmen wir dann auch direkt. Drogen, wahrscheinlich. So, jetzt können wir schon mal wenigstens aufmachen, das Auto, ohne die Scheibe kaputt zu machen. Das ist schon mal sehr cool. Haben wir denn überhaupt noch Punkte oder so? Oh, verdammt, ich habe vergessen, dass ich da noch weiterfahre. Null, okay. Das ist so kacke. Bürger Chicagos jedoch jubeln Tears zu. Mit so viel öffentlicher Unterstützung haben die Polizeibeamten Schwierigkeiten, Tipps zu seinem Aufenthalt zu bekommen. Ich gehe in einem rauen Bezirk. Ich muss mich vorbereiten. Ah, jetzt kriege ich hier so gezeigt, dass ich hier Sachen kaufen kann. Das wissen wir ja schon, das haben wir nämlich letztes Mal schon gemacht. Nach einem Gefängnisausbruch werden heute die Sicherheitsprotokolle des Chicago Correctional Center amtlich überprüft. Die Fakten sind spärlich, aber wir wissen, dass mindestens ein Inhaftierter alle Kontrollpunkte passieren konnte. Glücklicherweise konnte die Chicago Police den Mann kurze Zeit später wieder nachzunehmen. John Smith, 34, wurde in Untersuchungshaft genommen. Sein Anwalt behauptet, dass... Ich weiß, wie man Sachen herstellt, das muss man mir nicht zeigen. Aber wir haben ja schon fast alles. Was ist das nochmal? Blackout. Ach, du heilige Scheiße. Wieso sagt mir denn keiner, dass ich hier... ist in den Brandon Dogs und ich hab da keinen C2S-Zugang. Ich sollte wohl zuerst ins Kontrollzentrum helfen. Das müssen wir erstmal machen. Hey. Wie kann ich mir hilflich sein? Warum kann ich denn nicht so viel... Sehr gute Wahl. Mir fehlt was. Ah, und das ist das, was ich hier jetzt mal hacke, wa? Diese komischen Dinger da. Für einmal hacken und so einen Scheiß. Wenn ich das jetzt drücke, ist es überall Stromausfall. Deswegen gehen wir das mal erstmal nicht. Damit mache ich die Handys weg. Oh, ist schon ganz geil. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall weiter. Yo. Heilige Scheiße. Ich würde mal sagen, Zug, oder? Irgendwie können wieder da hochklettern, aber... ...habe ich jetzt gerade keinen Bock. Ich hoffe, es kommt jetzt. Ah, da ist einer auf der anderen Seite. Komm schon. Komm schon. Da runter ein bisschen... Wie ist da was in der Nähe? Das hier nur. Oh, dunkel. War mir schon mal nachts unterwegs? Ich weiß es Gott gar nicht. Das war schon richtig Spaß zu fahren, muss ich sagen. So, dieses Blackout-Gedünses werden wir uns auf jeden Fall aufheben, wenn es mal richtig viel Action ist oder richtig krass ist, wo ich nicht entkommen kann. So, dann wollen wir mal anfangen, ne? Eigentlich habe ich die Kamera gemeint und nicht das Tor, aber egal. Was steht da drauf? Sehen wir nicht, ne? Das konnte ich hier auf jeden Fall ablenken. Oh. Aber nur für kurze Zeit. Ich habe besseres zu tun. Ehe? Was. Wie so zum Teufel ist der nicht darauf eingegangen? So, wir werden aber auf jeden Fall erst mal Kameras abchecken. lokalisieren sie eine wache mit dem zugangscode also eine wache haben wir ja schon also hier werde ich dieses blackout gedöns auf jeden fall benutzen keiner reagiert oder was ihr seid ja echt harte leute doch hier der der reagiert ja jungs es wird ein hartes ding ich brauche ein schalte sprechen der elch oder ist einer bei der snapper ein schalldämpfer wäre oder so würde ich es ja benutzen ist da einer dran nein wir haben den auf jeden fall schon mal das heißt wir können den ernst voll benutzen lokalisieren sie eine wache mit dem zugangscode wir hätten noch nicht wirklich hier richtigen erfolg da läuft doch einer das ist eine frau die läuft einfach nur so glaube ich das ist einfach nur so eine frau qualifizieren sie eine wache mit dem zugangscode ist man verwachen ärgern was ist das für eine scheiß kamera was ist das für eine scheiß kamera die ich bin Die Hinten schüttet ihr, Mann. Also mit Schally kann ich hier rumspielen. Ohne Schally aber nicht. Das ist zu weit weg. Ich treffe nicht. So, wir haben auf jeden Fall diesen Typen lokalisiert. Das haben wir schon mal gemacht. Das macht Spaß, da man drum zu spielen. Jetzt müssen wir irgendwie da hinkommen. Hier ist das Gebäude da rein wahrscheinlich. So wie es aussieht, schon, ja. Ich meine, ich kann es auch einfach stürmen. Was ist das da? Sogar ich glaube. Vielleicht sollte ich mal versuchen, alle nacheinander auszuschalten, aber mit der Sniper, man hört mich, glaube ich, ne? Ich kann es ja mal versuchen, drauf geschissen. Ich muss mir jetzt ein paar Waffen auswählen, die ich dann gleich brauchen werde. Die Sniper ausschalten ist, glaube ich, das Wichtigste. Habe ich nicht gesehen, ich habe gerade ein bisschen verkackt. Aber nur ein bisschen, zum Glück. Ich glaube, die kommen schon hierher, oder? Sniper ist nicht mein Ding. Vor allem, wenn er sich versteckt, die Ratte. Ich habe keinen Bock mehr. Oh, Kinder, 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 Kinder. Ich hätte dieses Scheißding direkt sprengen sollen. Spastis kommen direkt drauf, auf die Idee, sowas zu machen, ey. Muss ich jetzt wieder diesen Typen finden, oder was? Nein, nein, nein. Jetzt zückt es mich. Ihr sagt nichts, Jungs. Ihr wisst von nichts. Lasst ihr mal was euch in den Kopf gehen, aber nicht unter 9 Millimeter. Kurz Kamera abchecken, damit ich wieder die ganzen Leute markiert habe. Fuck, ich habe mich gerade wieder richtig abgehört. Das werde ich dann erst später sprengen, wenn die Leute mich gesehen haben. Und dann spreng ich gleich auf jeden Fall dieses Scheißding bei mir. Oh, die Kamera ist kacke. Ich weiß ja, wo die Wache ist. Ich weiß nur, wie ich da hingekommen bin mit der Kamera. Da hinten noch. Da hinten noch. So, das haben wir. Jetzt muss ich da rein, ne? Egal, wir werden jetzt wieder rumspielen. Erstmal machen wir das kaputt. Das ist der Shit. Das ist der Shit. Habt ihr mich gefunden, oder was ihr Schweine? Kleiner Bastard, wo bist du? Kleiner Wichser, da. Was ist das für eine Waffe? Okay, die ist gut. Okay, wollen wir mal, oder? Ich werde was ausprobieren. Sogar cool ausgesehen hätte. Ich vermute sogar, ich hätte das hacken können, ohne da jetzt so einen Aufstand zu machen. Okay, dann kommen wir mal. Jetzt Racine. Finden wir raus, was du über Niki weißt. So, das war das schon mal. Jetzt müssen wir wieder wo ganz anders hin, ne? Oder? Hier hin. Die Strecke können wir auch fahren. Racine. Mal sehen, wo das ist. Ab dich, Robert Racine. So, schnell weg hier.